Willkommen zurück zu The Cat Lady. Wir sind in Susan Ashworths Wohnung und wissen nicht, wer da an der Tür klopft, deswegen gehen wir da jetzt mal hin. Denn wir wollen ja alle wissen, wer da jetzt klopft. Warum klopft es so an der Badezimmertür? Das macht mich unsicher. Tür öffnen. Wer ist das? Wer ist das? Was? Oh Gott, ich würde sagen, sie ändern sofort ihren Ton. Tut mir leid, ich wollte niemanden stören. Alter, komm mal runter. Ich wusste nicht, dass es so spät ist. Ich mache es nie wieder. Hauen sie ab, sie hässlicher Glatzkopf. Ich spreche nicht mehr mit ihnen. I didn't realize it was so late. I won't do it again. Maybe you should get yourself a bloody watch then, yeah? There are other people living here, you know. People with jobs. If this happens again, you'll see pest control stepping in and it won't be pretty. Okay, fine. I'll keep it down. Good night. Alter Schwede, ey. Bei dem hackt's wohl. Verpiss dich. Ganz ehrlich. Limit erreicht. Nervenzusammenbruch. Scheiße. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh, Susan, bitte mach keinen Scheiß. Ich glaube, ihr geht's richtig schlecht jetzt, weil einfach alles immer scheiße läuft. Oh nein. Aber die Frage ist, gibt sie auf oder geht sie jetzt auf so eine Art Rache-Feldzug oder was passiert jetzt? Ich habe ein bisschen Schiss jetzt und ich weiß halt nicht, ob das passieren musste oder ob man das hätte aufhalten können. Okay, sie guckt aus dem Fenster. Guckt sie jetzt, wo der Nachbar ist oder wie? Oder einfach nur so? Oder weiß sie jetzt nichts mit sich anzufangen? Okay, ihr geht's richtig scheiße einfach nur. Es tut mir so leid und es ist einfach keiner da, der sie mal einfach irgendwie in den Arm nimmt oder sie da kurz rausholt. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt macht sie Terror. Das wird dem Nachbarn total gut gefallen. Fuck. 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 Sie geht sehr, sehr schlecht und sie weint. Und ich nehme an, sie fühlt sich auch voll alleine und einfach nur schlecht. Und will einfach gerade nicht mehr leben. Was ja auch dazu geführt hat, dass sie sich ihr Leben dann genommen hat. Eine Katze. Nein. Behind the closed doors. I have fallen in love with the razor. Oh, das war das Kapitelende. Wir haben es schon wieder geschafft. Zack, sind wir mit Kapitel 3 fertig und kommen in Kapitel 4. Eine Kugel für Susan. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder zu Hause? Hat Susan das vielleicht nur geträumt? Untertitelung des ZDF, 2020 Hier auch mal das Licht bitte an Das ist sonst so unheimlich irgendwie Wer ist denn jetzt wieder an der Tür? Boah, ich... Das ist ein unangenehmes Gefühl Weil ich wette, es kommt jetzt ganz anders, als man denkt Ich stelle mir gerade vor, wie wir an die Tür gehen und da ist gar keiner oder so ein Scheiß Tür Doch, da ist jemand Wer ist das? Eine Frau? Nee Kenne ich sie? Ich bin sehr beschäftigt, bitte lassen Sie mich allein Kenne ich sie? Do I know you? Of course You don't remember me My name is Mitzi Hunt Ich bin sehr beschäftigt, bitte lassen Sie mich allein Was behaupten Sie da und wie können Sie es wagen? Sie sind es also... Ich wusste, Sie würden früher oder später auftauchen Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Sie sind es also... Nee, was behaupten Sie da und wie können Sie es wagen? Was sagst du? Und wie schreitst du? Ich bin sorry, Frau Ashworth Es gibt keine Vergnung, dass wir in einigen ungewöhnlichen Umständen treffen Aber ich dachte, es wäre besser, es zuerst rauszuholen Ich weiß, dass du dich selbst töten, okay? Es würde mich nicht überraschieren, wenn du mich schreitst, um die Ambulanz zu schützen und um dein Leben zu schützen Aber ich hatte auch andere Reasons für das Personal Reasons Es ist wichtig Das ist, warum ich hier die letzte Nacht kam Um zu sprechen zu dir Warum würden Sie mit mir sprechen wollen? Das ergibt keinen Sinn Wenn Sie auf ein Dankeschön aussehen, werde ich Sie enttäuschen müssen Warum würden Sie mit mir sprechen wollen? Warum wollen Sie mit mir sprechen? Das macht keinen Sinn Ich sah die Ad du in die Papier Es scheint, du hast eine Raum zu retten Ich... Ich... Sie sind immer noch das? Es war Monate vorhin Niemand fragt mich Ich habe vergessen, dass ich alles überraschiert habe Ich habe auf das, eigentlich Ich würde gerne sein, Frau Ashworth Aber... You've got the room, and I've got the money. Won't that work for both of us? I'm very tidy. I don't make much noise, and I promise not to spend too long in the bathroom in the morning. I don't really... I read your suicide note, you know. I'm sorry, but I did. I understand that you like your loneliness. You stray from people. I get it. But I won't get in the way. I promise, I will give you your space. You won't even know that I'm here half the time. What do you think? Do we have a deal? Ich finde das super. Die soll das mal machen. Well, I guess I could do with some extra money, but... Great! Can I come in? Voll gut. Also ich finde das gut. Ich finde das total wichtig, dass die Susan nicht mehr alleine ist. Ich glaube, das wird... Allein die Anwesenheit, dass da jemand noch ist, wird einfach den Gemütszustand ändern können. Also dieses sich alleine und scheiße fühlen und immer so als Opfer zu fühlen. Sie sagten im Krankenhaus, sie seien meine Tochter. Dieses Gästezimmer ist ziemlich mies, das sollten sie wissen. Wir sind... Wie sind sie in der Nacht hier hereingekommen? Ich bin mir sicher, ich habe... Ähm... Das Gästezimmer ist ziemlich mies. Das spare room I have is pretty bad, you should know. Ich bin nicht fussy. Es ist nicht für lange, irgendwie. Just ein paar Wochen, vielleicht. Anything ist besser als das ich gerade habe. Which ist? Ich habe zu dem train stationen, letzte Nacht. Da ist ein Mann da, der da sitzt. Du solltest ihn sehen. Wait, kann du sogar noch Geld für das? Sure. Ich will dir für zwei Monate in advance. Money ist nicht ein Problem. Why nicht gehen zu einem Hotel, dann? I hate Hotels. More than train stations. With homeless weirdos and rats. Robbie? Oh no, he's cool. He's alright. And he kept the rats away. You said you were my daughter at the hospital. You're a little liar, aren't you? How can I trust you? How should I know you won't slit my throat when I sleep? Jesus, what's wrong with you? Slit your throat? Why are you always so suspicious of people? If I wanted to do such a thing, I would never have bothered saving you. Would I? Just think about it for a second. I was trying to avoid all the stupid questions. I didn't know what else to say. That seemed like an easy option at the time. Otherwise, they wouldn't have let me come in the ambulance with you. And I wanted to see if you've made it. Hmm. Wie sind sie in der Nacht hier here reingekommen? Und ich bin mir sicher, ich hab... Wait. Can you even afford rent for the room? Well. Okay. Okay, I'll tell you. You won't like it probably, but I'll tell you. I picked a lock. You did what? I see. But, you know, it does sound like your father was really a burglar, not a locksmith. It's not important anymore. I guess it isn't. But what gave you an idea that you can pick the lock on my front door and just barge in uninvited? I heard the cats. They were going crazy. It was like if all hell broke loose inside. The noise they made. It was incredible. Like ghosts howling. And for a while, it turned into an almost human cry. Sehr interessant. Well, anyway, I kept banging on the door, but you were already asleep. In a coma or whatever. So I pulled out a C-Rank, not the door open. I... You could say I had a hunch. A hunch. Great. I had a hunch, that something was very wrong. Sonst wäre sie ja jetzt tot. And I made no mistake. Did I? Oder vielleicht ist sie's auch. Wir wissen's ja nicht. Warum wollten sie dieses Zimmer so sehr? Nun, ich bin im Krankenhaus gestorben. Wenn sie es wissen wollten. Wenn sie es wissen wollen. Hä? Na, bin ich ja mal gespannt, wenn sie das sagt, was kommt. Well, I died in that hospital, if you must know. Oh. But not for long enough. It seems I must have been too attached to this shitty life I lead, and must suffer some more before I can rest. Jesus, Miss Ashworth. Why all this negativity? What in the world has made you think this way? Clearly the only thing you suffer is some nasty depression. Not that it's any of my business. But have you tried talking about it to a doctor? Yes, I have. Did it help? Not at first, but yeah, it did. Warum wollen sie dieses Zimmer so sehr? Why do you want this room so much? Let's face it, this flat's falling apart. It's cold, it's dark. It's a bit moldy. This is the old part of town where nothing ever happens. It's far from the city center, and there are only two buses going through here. And that's if you're lucky. And I'm known around here as a fucked up, wicked cat lady. They'd burn me at the stake if they could. They'd put me in a bag and drown me in the river like a litter of kittens. I'm not exactly a great company for a young girl like yourself. Who are they? People? Just people. I don't give a fuck about people, Miss Ashworth. But I do like cats. Do you think they'll smell their rats on me? I'd really use a shower. Interessant. Ich bin mir sicher, sie ändern ihre Meinung, wenn sie es sehen. I'm sure you'll change your mind when you see it. I'd love to see it. And I'm sure it isn't as bad as you picture it. The window is stuck and it doesn't shut properly. It's alright, I like fresh air. There's clutter everywhere. All tidy up. It's got a funny smell. I'll burn some Joss-Sticks to cover it up. I love Joss-Sticks. Find ich gut. Fine. I give up. Follow me. You can see it for yourself, if you're so stubborn. Sehr schön. Ich find das eigentlich ziemlich gut, was hier gerade passiert. Wir öffnen mal die Badezimmertür und gehen da hinein. Kommt sie jetzt mit und sagt jetzt überall was in den Zimmern dazu? Oder nicht? Kommt sie hinterher? Doch, sie kommt hinterher. Und? Hm. Okay. Ich lass mal einfach das Licht an und Tür offen und so. Was hat sie das hier gesehen? Küche. Gehen wir auch mal rein. Hier. Komm mal mit. Das ist die schöne Küche. Aber ich denke mal, wir sollen bestimmt ins Gästezimmer gehen. Also gehen wir mal ins Gästezimmer mit ihr. Komm mal mit. Ach ja, die Susan kriegt jemanden an die Seite gestellt. Das wurde ja mal Zeit. So, Gästezimmer. Das ist das. Das ist das. Really? Was ist das, was dieses... ...klutter? Ich muss ein bisschen stept auf die Seite, wenn das okay ist. Aber das ist die Bedeutung, ich kann es nutzen. All ich wirklich brauche ist ein Bett zu sleep und ein Ruf über meine Head zu coveren mir von der Reine. Verständlich. Gibt es jemanden, den ich kontaktieren könnte für Empfehlungen? Sie stecken aber nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten, oder? Sie haben persönliche Gründe für ihren Aufenthalt erwähnt. Sind Sie ein Teil dieser Emo-Subkultur? Sie stecken aber nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten, oder? Ich kenne wirklich wie ein Serial-Mörderer, Frau Ashworth. Ich weiß nicht. Was sehen die Serial-Mörderer denn auch? Ein Skargrasse-Face, ein Eifertschirm, ein Ruhesstubbel. Das sind die Dinge, ich denke. Das ist ein Piraten, den du gerade beschrieben hast. Ein einfaches Woden-Ped-Lag und wir haben eine volle Bildung. Sehr schön. Aber wer weiß, ich bin kein Experte auf Mörderer. Noch nicht. Naja, einen kennst du ja schon mal. Gibt es jemanden, den ich kontaktieren könnte für Empfehlungen? Well, I've never really rented a room before, so not really. I've lived with my mum all my life. Until recently, that is. I could give her a call. Oh, that would be a perfect spot for my post-up there. Sie haben persönliche Gründe für ihren Aufenthalt erwähnt. You mentioned some personal reasons for staying here. Yes. It's a long story, though. I don't really want to bore you with all that personal crap. Okay. In that case, could you give me the short version? Yeah, all right. I'm looking for someone. I don't really know this person. But it's a friend of a friend. I only ever talk to this guy online, so I don't know what he looks like. I love this lamp. Does it work? What was I talking about? Oh, yes. I don't know what he looks like. But I know my way around computers. I managed to track him down. Turns out he lives here, in this building somewhere. What I don't know is which flat he lives in. There are eight flats here altogether. He's in one of them. And I must just figure out which one. It shouldn't be too hard. What do you want from this person? I just want to talk to him. He's done something... really bad. Something horrible. I need to talk to him to get closure, you know? Just talk? Are you sure? Yep. I want to meet face to face with him. That's all. Is ja interessant, aber nicht, dass das der Mann ist, der uns gerade an die Tür geheimat hat, der etwas Schlimmes getan hat. Er war nämlich leicht aggressiv und nicht, dass sie mit dem reden will. Are you a part of that emo-subculture? Please don't say that word ever again. No, no, this is just how I dress. I grew up listening to Real Rock and Roll, not that emo-crap. I'd hate to be a part of that generic bandwagon. Okay. Clearly a sensitive subject for you. You know, people seem to think that just because someone dresses in black, they're called for emo. You can't generalize like that. It's more complicated. I dress in black, too. Of course! That's because black is the best color. Period. You know, you've been asking me all these questions and I never had a chance to ask about how you're feeling. I mean, you've just gone through a terrible experience. You barely survived. I suppose I might get out of line to ask you this. But I'm really curious as to why you tried to kill yourself. What made you do that? What did you feel? Darüber reden wir im nächsten Part von The Cat Lady. Ich finde es total toll und spannend, dass jetzt hier das Mädel auf einmal bei Susan aufgetaucht ist, die uns da im Krankenhaus schon geholfen hat und dass sie jetzt eine Begleiterin hat. Und das passiert alles so unerwartet in diesem Spiel. Also ich mag dieses Spiel langsam wirklich dafür, dass es irgendwie gerade alles immer anders kommt, als man denkt. Das hat dieses Spiel für mich offen. Und natürlich ist es auch total psycho und total makaber. Und andersrum hat es dann aber auch immer so diese kleinen Lichtmomente irgendwie. Wie als die Katzen kamen im letzten Part mit der Jazzmusik. Fand ich total cool und schön. So, so positiv einfach. Und jetzt dieses Mädchen. Gerade an dem Punkt, wo man denkt, scheiße, ihr geht es jetzt richtig schlecht. Sie ist so allein. Warum ist keiner da? Da kommt sie. Richtig toll. Ich freue mich. Bin gespannt, was im nächsten Part passiert. Ich hoffe, es geht euch auch so. Wir sehen uns und hören uns. Bis dann.